Das aktuelle Spiel der Woche. Powered by Annegarn Kälte, Klima und Getränketechnik, Wohlfühlklimaanlagen und ein harmonischer Arbeitsplatz. Sie suchen, wir bieten Klimaanlagen und einen schönen Arbeitsplatz. Da sind wir eiskalt. Und von Fahrschule Manningen für den Erwerb Ihrer Fahrlizenz. Zu finden an drei Standorten in Handorf, in Mauritz-Monstraße sowie in Münster-Keruskerring. Fahrschule Manningen. Come in and drive out. Sowie von Preußen Personal. Experten für Experten. Wir bringen Menschen und Unternehmen zusammen. Preußen Personal. Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zum aktuellen Heimspiel Spiel der Woche. Heute auf dem Programm die Kreisliga A1 in Münster. Spieltag Nummer 8. Mit dabei als Gastgeber der TSV Handorf. Ungeschlagen mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Macht Platz 2 mit 15 Punkten und einem Teufel ist von 26 zu 3. Der heutige Gegner der VfL Sassenberg. Ebenfalls ungeschlagen und mit der maximalen Punkteausbeute. Derzeit auf Platz 3 liegt mit 22 zu 2 Toren. Und damit nochmal herzlich willkommen auf der Handorfer Sportanlage zum Spitzenspiel der Kreisliga A1 Münster. Das ist ein Heimspiel, ein Spiel eines Lebens. 90 Minuten, wo man es umgehen. Wie Rockenrollen, Fußballen für die Ewigkeit. Sieg ein, das ist ein Heimspiel. Geleitet wurde diese Begegnung von Schiedsrichter Florian Sothus, der hier alles in allem einen recht ruhigen Nachmittag verbrachte. Schauen wir kurz mal auf die Ausgangssituation dieses Gipfel. Handorf und Sassenberg, obwohl nur auf den Plätzen 2 und 3 liegend, waren derzeit das Maß aller Dinge in dieser Kreisliga A1 Münster. Sven Horst an der Tabellenspritze hatte zwei Spiele mehr absolviert und hatte heute spielfrei. Der Sieger dieser Partie würde also definitiv die Tabellen jetzt übernehmen. Saisonübergreifend fiel die Ausnahmestellung der beiden Teams aus Handorf und Sassenberg sogar noch mehr ins Gewicht. Hier führte der VfL die Rangliste mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV an. Settenhorst mit gehörigen Watschen auf Platz 3 liegend dahinter. Im Kreispokal trafen Handorf und Sassenberg übrigens die Saison schon mal aufeinander. Dort konnte der TSV gegen diese Truppe hier mit 1 zu 1 daheim triumphieren. Und damit rein in die Partie. Die Gäste aus Sassenberg in den orangefarbenen Trikots von rechts nach links spielen, waren von Beginn an bissig in den Zweikämpfen und versuchten Handorf früh unter Druck zu setzen. Für beide Mannschaften galt heute das Prinzip verlieren verboten. Eine Niederlage im direkten Duell könnte bei so einem dominanten Auftritt der beiden Mannschaften bereits eine Vorentscheidung im Ligabetrieb darstellen. So, nach Fluchball von Gästekapitän Stefan Wortmann in die Spitze konnte Daniel Langlitz in Minute 6 den ersten Torschuss der Partie für seine Farben beanspruchen. In Minute 14 sahen wir Gästekieper Christoph Kleimer mit einem langen Ball auf die rechte Angriffsseite. Und obwohl Handorf eigentlich schon wieder ein Ballbesitz war, setzte Sassenberg energisch nach mit Erfolg. Tobias Brand holte sich das Spielgerät zurück und verhalf Patrick Rockhoff mit seiner Vorlage zum nächsten Torschuss. Es gestand allerdings keine Gefahr für das von Tom Hoffmann gütete TSV-Tor. In Spielminute Nummer 18 dann der TSV Handorf mit seiner ersten Offensivabzahl. Konrad Knebüller hatte sich das Spielgerät für einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zurechtgelegt. Und seine Hereingabe landet im Zentrum irgendwie bei Schürmann und gehalten von Kleimer. Ganz dicke Chance für die Gästekieper hier. Laurenz Schürmann scheitert mit einem Kopfball aus kürzester Distanz an VfL-Glussmann Christoph Kleimann. Hier kommt die Wiederholung. Das ging so wahnsinnig schnell im 5-Meter-Raum und da packt der Kleimer einfach mal eine kleine Sensationsparade aus. Hier aus einem anderen Blickwinkel in halber Geschwindigkeit. Kaum zu erkennen, wie Kleimer mit dem Fuß den Kopfball von Schürmann abwehren kann. Und von dieser Kameraperspektive ist es dann etwas besser zu sehen. Schürmann gegen die Laufrichtung von Kleimann. Und die hat einfach den richtigen Riecher und fährt sensationell und mit etwas Glück aus weniger als einem Meter Entfernung ab. Chapeau! Hätte die Führung für die TSV sein können oder vielleicht sogar müssen. So aber weiter 0-0 im Spitzenspiel der Kreisliga A1 in Münster. Danach war hier lange Leerlauf angesagt, sodass wir in Minute 33 vorspringen können. Die Gäste aus Sassenberg waren hier weiter das aktivere Team. Und so kamen die von Patrick van der Sanken gecoacht der Mannschaft durch Kapitän Stefan Wortmann zum nächsten Torschuss nach Vorwalt. Von Gianluca Klemko. Wieder fehlte die berühmt berüchtigte Präzision im Abschluss. Kurz vor der Pause kamen die Sassenberger dann doch zu ihrem ersten Schuss auf das gegnerische Spür. Ein Wurfbrandt, dann Rockhoff. Der setzt hier nochmal nach. Und dann Wortmann auf Klemko. Der überlässt Rockhoff den Ball. Und schließlich ist es Tom Hoffmann im Kasten des TSV, der sicher zupackte. Zugegeben, Tor gefallen. Sieht anders aus. Nichtsdestotrotz schauen wir auf eine kurze Wiederholung und wundern uns ein wenig, dass hier im Aufeinandertreffen der beiden besten Offensivreihen der Liga mit 26 bzw. 22 erzielten Toren in jeweils fünf Spielen zur Pause ein Torpist 0 zu 0 zum Buche statt. In der Halbzeit-Show wurde den anwesenden Zuschauern mehr Action geboten als auf dem Platz. Das war schon ein wenig ernüchternd. Aber hier trafen neben dem besten Offensivreihen eben auch die besten Defensivreihen aufeinander und die Taten natürlich ihr Bestes, um die gegnerischen Angreifer ins Schach zu halten. Bisher gelang dies beiden Abwehrverbänden wirklich sehr, sehr gut. Da wurde auf beiden Seiten so gut wie nichts zugelassen. Hier mal ein Blick auf die Statistik. 1 zu 1 nach Chancen. Bei den Schüssen in den Ekberlern, da hatten die Gäste etwas mehr gesammelt, aber von einer Überlegenheit im Spiel konnte man dabei auch nicht sprechen. Es ging abwechselnd hin und her, aber hauptsächlich spielte sich das Geschehen dabei zwischen den beiden Strafräumen ab. Die Hoffnungen lagen also auf dem zweiten 45-minütigen Durchgang. Und den eröffnete der VfSassner. In Minute 54 hatte sich Tobias Brandt das Spielgerät für den Ekberlern zurechtgelegt. Und seine Hereingabe wird von Wortmann verlängern. Und dann streicht der Ball knapp am zweiten Pfosten vorbei ins Tor. Da war nämlich mit Moritz Westhoff noch ein Handlhofer-Spieler dran gewesen. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Vorne kann Wortmann gegen Leser die Kugel verlängern und fällt Schwesthoff. Das Spielgerät mit der Hacke fasst noch ins eigene Tor ab. Da hatte Wadig nicht viel gefehlt, wie man aus dieser Perspektive gut erkennen kann. Die Jungs, du bist doch reinfliegen! Beim Nachfolien-Eckball durch Langlitz kamen die Gäste erneut zum Abschluss. André Risse stieg zum Kopfball hoch, doch auch er setzte das Spielgerät deutlich am gegnerischen Tor vorbei. In Spielminute 62 eröffnete sich den Gästen die wohl beste Chance für den Führungsträffer in diesem Spiel. Kleinmann mit einem langen Ball. Klemko verlängert auf Rockhoff. Und dann spielt Wortmann. Mustergültig in die Gasse auf Langlitz. Und dem Versagen im 1 gegen 1 irgendwie die Nerven vor dem Kasten. Vielleicht hatte auch der Rasen eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall lassen die Gäste hier eine richtig gute Chance. Und jetzt nochmal das Ganze in der Wiederholung. Kein Absatz beim Zuspiel von Stefan Wortmann. Und dann macht sich Tom Hoffmann ganz groß vor dem Herannahmen Daniel Langlitz. Und der verfehlt hier mit seinem Abschluss recht deutlich das Tor. Heute war auf beiden Seiten irgendwie der Wurm drin. Es wollte nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit einfach kein Tor fallen. In Handorf. Zwei Minuten später folgte die nächste Offensivaktion. Der Gäste brandt über links. Dann Klemko. Und der weiter zu Rockhoff. Rockhoff mit einer tollen Ballmitnahme. Rockhoff ist im Strafraum. Schürmann setzt nach und grätscht dem Angreifer die Kugel sauber. Und vor allem fährt vom Fuß. Klasse Rettungstart von Laurenz Schürmann hier Minute 4 und 6. Mittlerweile lief hier schon die 71. Gibt es das Spiel mit Wortmann von der rechten Seite mit der Flanke. Dann brandt am Ball. Links bietet sich Rockhoff an. Der wird bedient. Und Rockhoff versucht es mit einem Torschuss oder einer scharfen Hereingabe. Egal. Beides harmlos. Und eine sichere Beute für TSV-Schnapper Tom Hoffmann. Tja, liebe Zuschauer. Gerne hätte ich Ihnen ein Tor oder zumindest viele spektakuläre Torabschlüsse gezeigt. Doch die Realität in Handorf. Sie sah in diesem Gipfeltreffen dann eher so aus. Hier mal eine einstündete Equal-Variante. Aber am Ende ist es Niklas Annegarn, der das Spielgerät nicht optimal traf in die Wolkenjagd. Und solche Szenen, die häuften sich jetzt in der Schlussphase. Handorf hatte jetzt mehr vom Spiel. Julian Austermann hoch in den Lauf von Malte Stoffers. Doch dem verspringt der Ball, sodass Kleiner ihn locker aufnehmen konnte. Neun Minuten vor dem Ende dann dieses Jahr. Nils Domen mit dem Ball in die Spitze auf Annegarn. Und der ist auf dem Weg in die Strafe rum. Und legt sich dann am Ende das Spielgerät etwas zu weit vor, sodass auch hier wiederum kein Torabschluss dabei herraussprang. Dann waren es nur noch fünf Minuten hier zu spielen. Sebastian Wehrmann ist hier am Ball. Und über Umwege bekommt Wehrmann erneut das Spielgerät. Zieht in Richtung Strafe rum, wo er den Freistellner Annegarn findet. Doch der verliert den Ball in eine aussichtsreiche Position an Sebastian Justus. Es sollte einfach nicht sein. Dann die Nachspielzeit. Zwei Minuten zeigte Florian Suttus an, der hier insgesamt vier Gerbekarten zeigen muss. Er hat ansonsten einen ziemlich stressvollen Nachmittag ineinander verbracht. Sassenbeck hatte noch einen letzten Pfeil im Köche. Ein Wurf durch Alexander Brandes von der rechten Seite. Hoch und weit in den Strafen. Kopfballverlängerung. Und dann ist Wortmann nochmal zur Stelle. Aber sein Schussversuch wird geblockt, sodass auch hier nur ein Eckball anstatt einer Torschance dabei herraussprang. Mit der Ausführung des nachvollen Eckballs hatte Referie Suttus dann ein Einsen und besiegelte die torlose Punkteteilung im Spitzenspiel der Kreisliga A1 im Lösen. 0-0 lautete also das Endergebnis zwischen zwei Tees. Die zuvor im Durchschnitt pro Partie immer mindestens vier bis fünf Tore erzielt hatten, aber beide Abwehreien dominierten das Spielgeschehen und ließen auf beiden Seiten so gut wie gar nicht zu. Deswegen stand am Ende für beide Teams am Ende die Null hin. Ein Blick auf die Statistik zeigt das Dilemma. Kaum Torschauern auf beiden Seiten. Ein kleines Schanzenfluss konnten sich die Gäste aus Sassmerk immerhin erarbeiten. Ich persönlich kann mich an kaum ein Spiel der Woche erinnern, wo es ähnlich wenige Torschauern noch zu sehen hat. So, dann schauen wir mal, was auf den anderen Sporplätzen der Liga so los gewesen ist. West-Bewan schlägt die Greffen mit 3 zu 2. Evers Winkel unterliegt Ost-Bewan mit 9 zu 4. Warendorffs Reserve unterliegt Daheim-Bewan mit 2 zu 3. Und Hutmarkt geht gegen die zwei Vertreter von Münster und Lachen mit 8 zu 3 Baden. Wie sind die Auswirkungen auf die Tabelle? Neuer Spitzenrader ist der TSV Handelhoff weiterhin punktgleich mit dem Vf. Sassenbergs Spieltagsgewinner ist somit der TSV, könnte man meinen. Doch in meinen Augen ist Sendenhaus der heimliche Sieger, denn die haben jetzt sowohl Handelhoff als auch Sassenberg nur noch 3 Punkte vor sich und damit wieder in Schlagdistanz. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr euer Tino Wärmeling. Das aktuelle Spiel der Woche. Powered by Annegarn Kälte, Klima- und Getränketechnik, Wohlfühlklimaanlagen und ein harmonischer Arbeitsplatz. Sie suchen, wir bieten Klimaanlagen und einen schönen Arbeitsplatz. Da sind wir eiskalt. Und von Fahrschule Manningen für den Erwerb ihrer Fahrlizenz. Zu finden an drei Standorten in Handorf, in Mauritz-Mondstraße sowie in Münster, Kairuska-Ring, Fahrschule Manningen, come in and drive out. Sowie von Preußen Personal, Experten für Experten. Wir bringen Menschen und Unternehmen zusammen. Preußen Personal. Neu-B Neu-B Vielen Dank.